Die Wirtschaft boomt, es herrscht annähernd Vollbeschäftigung und die Börsenkurse steigen in ungeahnte Höhen. New York ist wieder ganz oben. Zehn Jahre nach der Finanzkrise brummt der Markt. Und US-Präsident Trump? Geht mit ihm die Banker-Party weiter oder nicht? Wenn ich entmachtet werde, wird der Markt zusammenbrechen. Als die Immobilienblase vor zehn Jahren platzte, weil die Subprime-Kredite nicht mehr bedient werden konnten, da standen die Banken und die gesamte Finanzwirtschaft vor dem Abgrund. Die Lehman Bank ging pleite und angeblich hatte es niemand kommen sehen. Außer, ja, außer denen, die mittendrin waren, wie einer der Direktoren von Lehman. Das war schon lange klar. Nur ein Trottel hätte es nicht kommen sehen. Gleicher Ort, eine andere Bank zehn Jahre später. Umfangreiche Regulierungen haben die Bankenindustrie konsolidiert. Die Geldhäuser machen wieder Profite, trotz der neuen Regeln. Der neue Präsident glaubt dennoch, dass er die Regeln wieder abschaffen muss. Die Gesetzgebung, die ich heute unterschreibe, fährt die lähmenden Dodd-Frank-Regeln zurück, die die Kommunalbanken geknebelt hatten. In einem überparteilichen Kraftakt hatten die Senatoren Chris Dodd und Barney Frank 2010 849 Seiten neuer Richtlinien erarbeitet, an die sich die Banken künftig zu halten haben. Der damalige Präsident Barack Obama nahm damit die Banken an die Kandare. Der Dodd-Frank-Act war zwar ein bürokratisches Monstrum, aber es half. Der Markt gewann an Vertrauen zurück. Der Demokrat Bernie Frank lebt heute in einem beschaulichen Örtchen in Maine und schreibt an einem Buch über die Folgen der Bankenkrise für die Demokratie. Ich frage mich, wie er die großspurigen Deregulierungsversuche des Präsidenten Donald Trump heute sieht. Werden die Banken dadurch wieder von der Leine gelassen? Ich würde sagen, Dodd-Frank ist noch zu mehr als 90 Prozent enttakt. In Wahrheit hat es keine substanziellen Rücknahmen gegeben und die Leute, die heute zuständig sind, wollen nicht die Verantwortung für einen neuen Crash übernehmen. Die Trump-Leute sind ein bisschen flexibler als die Clinton-Leute, aber eigentlich gibt es kaum einen Unterschied. Dadurch, dass der Kongress nur die Regulierungen für die kleinen Banken aufgehoben hat, ist sichergestellt, dass die Auflagen für die Großen intakt bleiben. Zurück in New York. Bei Bloomberg, dem vielleicht wichtigsten Wirtschaftsinformationsdienst für die Finanzwelt, versuchen wir diese These zu überprüfen. Hat Donald Trump die Regulierungen wirklich nicht geschwächt? Chef-Analyst Karl Riccadonna sieht das so ähnlich wie Bernie Frank. Der Geist des Regulierungsgesetzes ist noch intakt, auch wenn wir es etwas abgemildert haben. Ich glaube, wir sind heute viel besser gegen die Ansteckungsgefahren abgesichert als noch 2007 oder 2008. Und wie steht es um neue Blasen, zum Beispiel im Immobilienbereich und bei den hohen Schulden der privaten Haushalte? Der Markt hat sich seit der Krise definitiv erholt. Und derzeit sieht es nicht so aus, dass die Immobilienpreise hier bei uns zu einer Blase werden. Studentendarlehen, Autofinanzierungen, das könnte vielleicht schwierig werden. Aber so etwas wie Autokredite, das geht einfach nicht so tief wie damals beim Immobilienmarkt. Schwer vorstellbar, dass andere Vermögensfelder die Wirtschaft so schwächen könnten. Also fast Business as usual in der Finanzwelt. Wir gehen an das andere Ende von Manhattan, an die Columbia-Universität. Hier sieht man das Ganze in einem größeren Zusammenhang. Die amerikanischen Wähler haben das Establishment abgestraft. So sieht es jedenfalls der Wirtschaftshistoriker Adam Toosie. Die politischen Schäden seien toxisch. Und sie halten noch an. Trump wie Obama auch sind Ausdruck dieser Unzufriedenheit und dieses Gefühl der Machtlosigkeit, das Bedürfnis nach einer radikalen Veränderung bestimmt. Nur, dass dieses Bedürfnis schon länger besteht in der amerikanischen Gesellschaft. Was die Krise ermöglicht, ist, dass eine Figur wie Trump zum Ausdruck dieser Unzufriedenheit werden konnte. Das heißt, dass die republikanische Partei in einem Zustand war, dass es möglich wurde, dass eine solche Figur überhaupt zu ihrem Kandidaten gekuriert werden könnte. Die Ungleichheit der wirtschaftlichen Verhältnisse trieb drei Jahre nach dem Zusammenbruch der Lehman-Bank-Bürger auf die Straße. Occupy Wall Street besetzt. Die Wall Street war der Schlachtruf einer Bewegung, die aus dem Nichts zu kommen schien, aber im Hintergrund angestoßen wurde von Aktivisten wie Maika White aus Berkeley. Zehn Jahre später treffen wir ihn am selben Ort, auf dem Zuccotti-Platz, den er damals gar nicht betreten hatte. Maika hatte die sogenannte führungslose Revolution vom Uni-Campus aus gesteuert. Blick zurück, nicht im Zorn, eher ernüchtert. Als wir Occupy gestartet haben, da haben wir echt daran geglaubt, dass wir, wenn wir die Leute vereint zum Demonstrieren bringen, von unseren Regierenden auch gehört werden. So funktioniert doch Demokratie. Ein Trugschluss, wie sich rausstellte, die haben uns dann einfach vertrieben mit viel Polizei. Und davon hat sich unsere Bewegung nie wieder erholt. Das Konzept war tot und alle anderen Plätze abgeriegelt. In der Rückschau glaubt Maika, dass die Finanzkrise indirekt die Voraussetzungen dafür schaffte, dass Donald Trump überhaupt gewählt wurde. Eine Ironie der Geschichte gewissermaßen. Donald Trump war quasi der Occupy-Kandidat, der Anti-Establishment-Präsident, der Nutznießer der Occupy-Niederlage. Zehn Millionen Amerikaner haben Häuser, Vermögen und Jobs verloren. Statistisch ein Vermögensverlust von 70.000 Dollar pro Kopf. Das hat gerade die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, berechnet. Die Bonuszahlungen für Banker, die sind aber wieder ganz oben. Letztes Jahr bekam jeder New Yorker Banker im Durchschnitt 184.000 Dollar. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Amerika beträgt übrigens knapp 60.000. Und Barney Frank entdeckt dieser Tage seine alten demokratischen Überzeugungen neu. Und das klingt fast links. Wir brauchen Gewerkschaften und wir müssen den Mindestlohn erhöhen. Und brauchen ein Steuersystem, das nicht wie Trumps Steuerreform nur die Reichen beschenkt, sondern die arbeitende Bevölkerung entlastet. Derzeit müssen wir Sozialabgaben voll versteuern. Stattdessen sollte es keine Begrenzung nach oben, dafür aber einen Freibetrag für die unteren Einkommen geben. Die andere Sache ist, die Menschen hier müssen viel zu viel zahlen für Gesundheit, Wohnung und für Ausbildung. Aber weder die Regierung Trump noch der Kongress haben derartige Ambitionen. Seit 2008 hat sich die Staatsverschuldung in den USA verdreifacht und Trump sattelt Steuersenkungen für die Reichen obendrauf. Der Stoff, aus dem neue Finanzkrisen gemacht werden? Jennifer Hillman, Ex-Richterin bei der Welthandelsorganisation, sieht internationale Absprachen missachtet. Wir schränken hier den Multilateralismus und unsere Rechtsstaatlichkeit ein. Und wir untergraben einige der Regulierungsgesetze, die wir zur Bewältigung der Finanzkrise geschaffen haben. Das ist für mich das systemische Problem. Und Sie sehen das in vielen Ländern, in Argentinien oder der Türkei und Russland, dann noch die Staatsverschuldung. Daraus entsteht womöglich die nächste Finanzkrise. Auch die willkürlichen Strafzölle, die die Trump-Regierung verhängt, werden als Risiko gehandelt. Ich meine, es ist ein Teufelskreis, es ist keine Frage. Es ist eine unprovozierte, im Grunde unprovozierte Aggressivität der amerikanischen Handelspolitik, die erklärbar ist aufgrund tiefsitzender Vorurteile auf Seiten der Trump-Administration. Es beruht auf einer Vorstellung der Weltwirtschaft als Kampfplatz, wo Amerika sich behaupten muss. Und es ist nicht abzusehen, wie es nicht zu einer Reaktion führen sollte. Dieses Chaos und diese Unsicherheit und die Sorge, dass wir uns nicht mehr an die Regeln halten, könnten sehr zerstörerisch auf die Finanzmärkte wirken. Bei Bloomberg macht man sich größte Sorgen wegen der immer neuen Strafzölle, die Trump immer neuen Ländern androht. Besonders der befürchtete Handelskrieg mit China lässt die Börsen nervös reagieren. Immerhin geht es da um hunderte Milliarden Dollar. Wenn der Handelskrieg sich so hoch schaukelt, dass er das Vertrauen in die Wirtschaft gefährdet, könnte das ein echtes Problem werden. Es betrifft beide, Trump und seine Gegner. Aber noch ist der Preis für einen solchen Handelskrieg zu hoch, um alles aufs Spiel zu setzen. Wir reden ja hier über eine 20-Billionen-Dollar-Wirtschaft, die mit drei Prozent wächst. Das wird das schnellste Wachstum bisher. Das aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist schwer. Aber genau deshalb haben die Politiker noch mehr Vertrauen, um bei den Verhandlungen zu blöffen. Das könnte am Ende schlimme Folgen haben. Der Mann, der bei der letzten Krise die Banken gezähmt hatte, erinnert heute daran, dass Geld und ungezügeltes Wachstum nicht alles sind. Die Lösung für entwickelte Gesellschaften muss lauten, wir haben zwei Ziele, Wachstum und Verteilung. Die Idee, dass die Verteilung zweitrangig ist, ist falsch, denn das hat die Probleme verursacht. Die demokratischen Gesellschaften müssen verstehen, dass die Wachstumspolitik begleitet sein muss von Fairness. Jedes Land muss das selbst machen. Und der Präsident? Er glaubt, die boomende Wirtschaft sei nur ihm zu verdanken. Und ohne ihn sei alles nichts. Wie kann man jemanden des Amtes entheben, der einen großartigen Job macht? Wenn ich je entmachtet werde, wird der Markt zusammenbrechen. Alle werden arm sein. Ohne dieses Denken würde man unglaubliche Zahlen sehen. Im Minus. Donald Trump als Wirtschaftswunder. Oder eher doch nicht? Die Regierung Trump glaubt nicht an internationale Regeln, die gemacht wurden, um mit der Finanzkrise umzugehen. Er will nicht mit dem IWF, der Weltbank oder der WTO zu tun haben. Er will neue Regeln machen. Aber es waren diese Regeln, die uns gerettet haben. Wir machen uns also Sorgen, ob es ohne die internationalen Institutionen geht und ohne die Hilfe unserer Handelspartner. Das heißt, dieser Kongress muss einschreiten und Trump kontrollieren. Denn der will alles zunichte machen, was nach der Finanzkrise geholfen hat. Und das Urteil der Geschichte? Welche Partei ist besser für die Wirtschaft? Das ist eine hochpolitische Frage, die Sie stellen. Aber es hat eine erstaunlich eindeutige Antwort auf historischer Basis. Es gibt zwei Momente in der Geschichte der Weltwirtschaft des letzten Jahrhunderts, in denen die Democratic Party Amerikas für die Rettung der Weltwirtschaft zuständig war. Einmal in den 30er und 40er Jahren mit dem New Deal und dem Marschplan, das sich daraus ergab. Und dann 2008, wo die Democrats im Kongress die Stimmen dafür hergeben, die amerikanische Wirtschaft zu stabilisieren, das Finanzsystem zu retten und dafür auch bereit waren, den politischen Preis zu bezahlen. In diesem Sinne gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Man muss sich für die Demokraten entscheiden. Die Finanzkrise hat Donald Trump an die Macht gebracht. Wie lange er dort bleibt, das haben nicht die Märkte, sondern die Wähler in der Hand.